Wahrlich ritterliche Worte, Arno! Nein! So etwas wie euch hab ich noch nie gesehen. Wo ist mein Bruder, du Mistkerl? Sicher in meinem Besitz. Solange bis er mir dient. Und bis er deinen Kopf rollen sieht. Und weiß, dass die alte Welt verbrennen muss. Scheißkerl! Ich kümmere mich drum. Ein Scheiß, was du... Hör doch nur einmal auf mich. Wieso, damit du Rache üben kannst? Damit du deinen Bruder retten kannst. Er wird mir schon sagen, wo Igor ist. Gib mir Deckung und pass auf. Der gehört mir! Tötet das Mädchen! Na toll! Ich hörte die Ahnung. Was machst du? Soll ich auf dieser Ding besitzen, oder? FALSCH! Da hat er der Teil! Da! Was ist das da? Jetzt Flammen. Ich komm mit diesen blöden Krammen. Jetzt auf der Türpen. Und er hat der? Warum morgst du die denn nicht einfach ab? Mach ich doch! Schütze! Wo? Oh, mhm. Wow. Hä? Was ist? Warum schießt ihr nicht? Hä? Was stimmt mit der nicht? Wo ist der Junge? Oder ist der zu weit weg? Aha! Ah! Ah! Vielleicht mit dem Doppelschuss. Nein, kannst du nicht. Gib mal meine Pfeile wieder. Das geht nicht. Brenn sein Schild ab und... Ich hab noch mehr für dich. Ich will meine Pfeile wieder! Brenn das Schild ab? Womit denn? Mit Feuer! Wie soll ich denn hier wechseln, wenn ich mit dem Stick laufen muss? Und äh... Behindertes Dinge, ey... So... Damit? Und Feuer, oder was? Ja... Das geht nicht. Nein... Warum wirft der es ab? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh zu diesem Teil, er wird dann... Teer... sein... So weit weg? Oh mein Gott. Hol die Pfeile, hol die Pfeile, hol die Pfeile! Hol die Pfeile! Na! Falsch! Warum? Das ist der, der uns hilft! Er ist mein Bruder! While sind indem... Du hast keine Pfeile mehr. Hä billchen Du hast ja planting Sprühen. Zu spät! das war auch nicht zu fahrrad viel gebraucht ja wirklich durchlaufen Ich kann nicht hinter den Kamm. Ach, blöd, Jan, ey. Äh, warum läuft der da? Ey, ey, ey. Affe, ey. Meine. Der wird, äh, nicht sterben. Ich will auch nicht, dass der stirbt. Ich will nur hinter ihn kommen. Du willst wohl, dass er stirbt. So. Klar, die Rüstung. Du hast eine Rüstung. Er denkt, ich bin tot. Und gibt sich der Makula hin. Was, ey? Nach allem, was passiert ist, hast du ihn dorthin gebracht? Halt's Maul! Ich kümmere mich darum. Öffnet die Augen! Es ist zu spät! Alle werden sterben! Und er... Er... Arno! Wir müssen sofort los! Ihr geht. Nöpplein! Töti! Oh, das sind ja noch Leute. Hrrrrr! Seht es doch endlich ein! Das ist eure letzte Schuss! Ich würde ihn, bitte in den Scharschütze. Ich kann meine Waffen nicht wechseln, warum? Äh... Super. Da ist es noch schwer. Oh, warte, cool, der Rapsack. Der hat von mir auf. Ich schütze keinen Helm. Der hat der da? Ja. Versuch mal jetzt die Waffe zu wechseln. Ne, geht nicht. Lass es, das geht nicht. Das ist ausgeraut. Ach, das ist ausgeraut. Aha. Ja! Sie versucht euch zu retten, die Erschwetter. Möge der Glaube meinen Anführer. Für die hellen Tage! Emily ist tot. Sie war die einzige Chance, die unsere Welt hatte. Jetzt kniet vor mir nieder. Oder sterbt. Alltämmlinge Erwägung, Männer. Es war Zeit für Frieden. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ja genau, Spacken. Warum kann ich mal eine Harpune spinnen? Ach so, weil ich zu mir will, ich jetzt nicht was. Was für Harpune. Das ist eine Armbrust. Was ist denn, wo ich hin muss? Du läufst grad wieder zurück. Du bist in deiner Sackgasse. Und tot. Ich denke nicht, dass es zum neblig ist. Klar. Wo ist das? Ich würde rennen. Ja, ich weiß nicht, wohin. Oder muss ich die töten? Zu dem Typ. Zu welchem Typ? Da war ich doch bei dem Typ. Ja, bei diesem Typ. Was soll ich hier machen? Dem helfen oder was? Ja. Er ist zu stark für dich. Überlass ihn mir. Nein. Ich kann nichts wechseln. Ich kann nur mit diesen Dingern. Ja. Hä? Hat die mich verlippeln? Als Dingens benutzt. Ah, jetzt. Jetzt muss sie ab. Geht's euch an den Kragen, ey. Beine. Ja, wo sind sie? Schaffst du's? Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Sch-sch! Da oben. Da kommt runter. Ups, das ist einer mit drin. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch Alles. Geh doch mal, ey. Dieses Control hier, ey. Achtung, ich hab's so aufgekloppt. Äh, Typi kommt gerade auf dich zugerast. Ihr seid immer weiß, dass wir das Leben nicht verdienen. Äh, ich würd schnell eingefallen. Er legt sich ganz schön schnell. Aber wie lange will das denn hier brennen, ey? Ich würde mal die Pfeile einsarren. Weil er alle Rüstung anhat. Echt? Ach, ich hab's gesehen. Ah. Super. Hier hab ich den abgelenkt. Du hast den auf den Teer geworfen und dann... Feuer. Teer. Das. Feuer. Ja. Glaub nicht. Ich muss mir hält das angemeldet. Dann musst du es auf den Boden schmeißen. Äh. Das war doch so ein... So. So, dass du es ja auf den Boden bringen. Ja. Mit deinen Tassen nach. Was? Was? Weißt du das nicht? Nein. Oh, Mann, ey. So, und jetzt schnell. Was ist das? Äh, okay. Hä? Ach, Rüstung. Toll. Und jetzt? Hm. Keine Ahnung, was ist das? Nebel. Ähm, genau das. Äh, Rücken. Verflug, das ist euer Ende. Ambrust? Ach, was ein Geswitch hier. Stirb. Affe. So. Das war's. Du bist alt. Zu alt für den Kampf. Und ihr seid so unglaublich dumm. Amisha! Du gehörst dir! Es ist vorbei! Töt ihn! Er hat keinen Helm auf! Oh, halt schon lieber reingeschossen. Ich dachte mit dem Stein. Das wäre schon cooler gekommen. Was kann ich tun? Hör auf zu schreien. Entschuldige ich. Bitte nicht. Nein. Die Zeit ist gekommen. Ich... Und... Du hast mir ein gutes Ende beschert. Er ist ein guter Junge. Und du... Ich weiß. So. Ich weiß. So. Er wird die Sonne töten. Der Nebel. Hast es geschafft. Du Idiot. Wir sind dir was schuldig. Er ist überall. Die Ratten werden sich ausbreiten. Sein Urteil ist gefallen. Und werden wir noch Zeit haben? Ändert das was? Gehen wir einfach. Moment Kleiner. Ich nehme die Zügel. Ich muss irgendwas tun. Ohne. Wie weit noch bis Marseille? Nicht weit, schätze ich. Amicia. Amicia. Geht's dir gut? Nein. Ich hätte... Hättest du nicht. Keine Ahnung, wie du überhaupt noch stehen kannst. Du hast alles gegeben, Amicia. Das wusste er auch. Und du hast ihm gegeben, was er am meisten brauchte. Den Tod des Grafen. Nein. Freunde. Und eine echte Bestimmung. Ja. Er hat sich für uns geopfert. Er soll nicht umsonst gestorben sein. Jetzt müssen wir Hugo finden. Das wird ein Problem. Marseille ist so verdammt groß. Dieser Nebelausbruch hat bestimmt Spuren hinterlassen. Was dort auch geschieht, Hugo ist mittendrin. Woher wissen wir, dass er noch lebt? Ich hoffe auf irgendein Zeichen. Oha. Die Art von Zeichen? Ja. Das ist er. Aber das dürfte kein gutes Zeichen sein. Was ist das für ein Lärm? Kommt er... aus der Stadt? Er kommt aus dem Boden. Lauf! In der Stadt ist etwas Schreckliches passiert! Was? Was ist passiert? Flieht in die Hügel! Nein! Zum Meer! Suchen wir ein kleines Boot! Was ist das für ein Groll? Das Tor zur Hölle wurde geöffnet! Marseille ist verloren! Der letzte Ruf! Der Makula! Mama! Wir müssen zurück und Mama suchen! Steh auf! Bitte steh auf! Ich kann nicht! Mein Wald! Du musst! Wir brauchen mehr Helfer! Hält das Ding auf! Marseille! Sie verbarrikadieren das Tor! Warum? Weil das Grollen von der anderen Seite kommt! Und die Leute, die noch da drin sind! Die sind schon tot! Mach weiter! Und jetzt! Es gibt noch ein anderes Tor! Aber das Heu liegt im Weg! Warte! Wir haben die Kanone! Kannst du sie bedienen? Keine Ahnung! Warte! Du schiebst hier! So müsste es gehen! Ich hab's aus, glaube ich! Dann los! Ah! Hat der RT gedrückt? Wo sind die Menschen? Oh! Wo sind die Menschen? Da darf ich nicht! Schade! Durch das Feuer! Ja! Ich spreche euch ab! Ich spreche euch ab! Geht leider nicht! Schade! Wäre schon witzig gewesen! Wenn Leute an den Flammen aufgehen! Ich weiß! Hab ich schon nichts gesehen! Was? Was du denkst! Was? Der Dach! Ich schneide das Spieler! Ja! Vergiss es! Ich schieß nicht! Unsere Strafe! Uh! Jetzt geht's los! Feuer! Flammen! Tag! Geht nicht! Ich kann aber auch keine Feuer schießen! Ähm! Lass mich doch Feuer schießen! Hallo! Ernsthaft! Hä? Vielleicht hast du auf euch gedrückt? Ah! Ich hab vergessen die Zielfunktion zu benutzen! Ja! Wie oft soll ich das noch erzählen? Ich wusste nicht! Ah! Jetzt geht's! Wuuu! Jetzt kann ich euch abfackeln! Wuuu! Seid ihr tot? Das habe ich gerade eben nicht gedacht! Die sind immun gegen Feuer! Ha! Feuerresistenz! Oh nein! Das habe ich gerade eben nicht gedacht! Geil! Ich kann da gar nicht hingeschaut! Einfach zu blöd gewesen eben das Feuer zu benutzen! Boah! Wuuu! ZL gedrückt, ne? Oder was hast du gemacht? Was? Was hast du gerade eben gedrückt? Okay! Einfach nur den rechten! Ah! Stirbt Ratten! Stirbt! Ihr habt keine Chance gegen mich! In meinem super Flammenteil! Wuuu! Vielleicht haben die doch eine Chance! Hilfe! Hu! Hu! Bleib von mir weg! Oh! 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 Was ist das Hände? Es liegt schnell vorher! Aber mit viel zu hilf! Ouuh! Tapfere Pferde! Hu! Hot En.. Bitte! Bitte! Langsam деier! Halte! Bitte! Halte! Das Held! Ver Weather den sind wir nicht mehr! Nö! Sieht so aus! ich werde nach hinten gucken oh man, ich wollte gerade meine kameraden anfackeln oh oh, das ist nicht gut Ugo Sophia Sophia Hier drüben Wer ist verletzt? Wer nicht? Wir sind da Ich war noch niemals in Marseille Tja Du kommst zur besten Jahreszeit Suchen wir meinen Bruder König Ugo König Ugo Dich kann doch nichts aufhalten Stimmt Ich vergesse es nur manchmal Lukas Ich muss schon sagen Es ist eine Ehre, denn du bist an meiner Seite Du Du bist viel zuverlässiger Ruhiger Und freundlicher Als sonst wer Ich weiß nicht Du bist meine Familie Sagt ihr all das, weil ihr denkt, dass ihr sterben werdet? Ihr werdet noch sehr lange leben Ihr schafft es Und das ist ein Befehl Ihre Kette Das ist doch Das ist ein Goal des Ordens, oder? Keine Ahnung Er muss leben Er verdient etwas viel besseres als das Gut Pass bitte auf 運zen Nummer Er darfst es Er darfst es Er darfst es Ich dafür Er darfst es Vielen Dank.